Berauschung ist die Natur des Mondes. Der 10. Mai ist eine besondere Purnami, oder ein besonderer Vollmondtag, da er Buddha-Purnami genannt wird. Das ist der Tag, an dem Gautama der Buddha erleuchtet wurde. Wisst ihr das? Dieses Jahr ist er am 10. Mai. Dieser Vollmondtag ist der Tag, an dem Gautama der Buddha erleuchtet wurde. Es gibt viele Aspekte zu seinem Leben. Der wichtigste Aspekt ist, dass er ein Buddha ist. Das ist nicht sein Name. Sein Name ist Gautama Sittartha, aber er ist ein Buddha. Buddha bedeutet, er hat seinen Intellekt transzendiert. Bu bedeutet Buddhi. Da bedeutet Dada. Buddhi bedeutet der Intellekt. Dada bedeutet einer, der darüber steht. Jemand, der über seinem Intellekt steht, ist ein Buddha. Jemand, der in seinem Intellekt ist, ist ein ununterbrochen leidender Mensch. Etwas geschieht, sie leiden. Nichts geschieht, sie leiden. So oder so. Das ist, wenn man unterhalb des Verstandes ist, nennen wir sie Buddhu. Du verstehst den eigentlichen Punkt nicht. Wenn du über dem Verstand bist, bist du ein Buddha. Wenn du unterhalb des Verstandes bist, bist du ein Buddhu. Wenn du im Verstand bist, bist du ein ununterbrochenes Leiden. Wie wurde er das also? Er versuchte viele Dinge in seinem Leben. Er war ein Prinz eines kleinen Fürstenstaates, weil ein Yogi vorausgesagt hat, dass dieser entweder ein großer Kaiser oder ein großer Weiser werden wird. Als er diese Vorhersage gemacht hat, wurde der Vater etwas aufgeregt. Er wollte nicht, dass er ein großer Weiser wird. Er wollte, dass er ein großer Kaiser wird. Daher beschloss er, ihn nicht Dingen auszusetzen, weil er dachte, dass wenn er Leiden oder Elend ausgesetzt wird, er zu einem Weisen werden könnte. So hielt er ihn in völligen Vergnügen. Das beste Essen, die beste Kleidung, die besten Vergnügungen, alles. Als er 19 Jahre alt war, verheiratete er ihn mit einer sehr hübschen jungen Frau. Behielt ihn in einem Palast, abgeschieden vom Rest der Gesellschaft, wo er mit Vergnügungen lebt, ohne irgendeine Art von Leid ausgesetzt zu sein. Eines Tages dachte er, dass er einfach eine Fahrt durch die Stadt machen würde. Er bat seinen Wagenlenker, ihn hinüberzufahren. Er fuhr also, und dann sah er einen Mann, der alt war. Der so ging. Er hatte also noch nie in seinem Leben einen alten Mann gesehen. Sein Vater hatte ihn vor all dem abgeschirmt. Er sagte, was ist mit ihm passiert? Der Wagenlenker, oh, er ist bloß ein alter Mann. Wie geschieht das? Er fragte er. Er sagte, jeder wird eines Tages alt. Er betrachtete sich selbst. Er war ein schöner Jüngling. Was, ich auch? Er sagte, ja, jeder. Jeder wird alt. Sie leben lange genug, sie werden alt. Er, das war eine Erkenntnis für ihn. Ich werde so werden? Dann sah er einen Mann auf der Straße liegen, der an etwas erkrankt war, der nicht aufstehen konnte, in großem Leid. Er sagte, stopp. Was ist mit diesem Mann? Was tut er? Er sagte, oh, unglücklicherweise ist er krank. Was bedeutet das? Er sagte, ein Körper manchmal wird erkrankt. Es kann jedem passieren. Es kann einfach jedem passieren. Mir? Einen Prinzen? Was kann mir passieren? Es kann jedem passieren. Dann sah er, oh, ich kann so werden. Dann fuhren sie weiter, er war völlig verstört. Dann sah er eine Beerdigung. Sie trugen den Leichnam eines Mannes. Was ist mit dem Mann passiert? Oh, er ist einfach gestorben. Das ist alles. Was bedeutet das? Das passiert jedem, ohne Ausnahmen. Dann sagte er, was tue ich hier? Nur Essen, Vergnügungen, Unsinn. Was mache ich mit mir? Und er kämpfte, er geriet innerlich in Aufruhr. Dieses Prinzen-Dasein und diese Vergnügungen und dieser ganze Palast brachen für ihn plötzlich auseinander und er begann danach zu suchen, was der Sinn von all dem ist. Das hier wird altern, das wird krank werden, ganz sicher wird das tot sein. Wozu investiere ich mein gesamtes Leben in das? Aber da hatte er schon einen kleinen Jungen. Er sah seine Frau an und sein Kind, diese liebevolle Frau und dieses reizende kleine Baby, er konnte nicht fortgehen. Er kämpfte und kämpfte und kämpfte. Bis dahin waren etwas mehr als eine Vierteljahre vergangen. Als der Junge eineinhalb Jahre alt war, konnte er nicht mehr an sich halten. Mitten in der Nacht, wie ein Dieb, schliche sich aus dem Palast, ohne jemandem was zu sagen und ging fort für immer. Er ging auf die Suche. Ich möchte die Wahrheit über dieses Leben erfahren. Er ging von Schule zu Schule. Das sind die Zeiten, in denen in Indien verschiedene Schulen eingerichtet wurden. Damals gab es über 1.800 Schulen. Ich meine nicht nur Institutionen. 1.800 verschiedene Arten, Dinge zu tun. 1.800 verschiedene Arten von Yoga. Nicht die Art, die man in Kalifornien sieht. Jemand macht es so, jemand macht es so. Wirklich komplexe Ausdrucksweisen. Es ist so, wie die medizinische Wissenschaft heute geworden ist. Vor 25 Jahren wolltest du eine medizinische Untersuchung machen lassen. Alles, was du brauchtest, war ein Hausarzt. Heute gibt es einen Arzt für jeden Teil deines Körpers. Vor ein paar Jahren hatte ich eine Knieverletzung. Ich spielte Fußball und ich brach mir etwas im Knie. Und ich war ganz eingepackt und habe Vorträge gehalten. So bin ich zum Golf gekommen, wegen dieser Knieverletzung. Jemand sagte mir, schenkte mir eine Golfausrüstung und sagte, Satguru, du bist zu alt für dieses andere Spiel. Du spielst einfach Golf. Ich saß also dort in Atlanta und habe geredet, an einem Ort gesprochen. Dann hatte ich Schmerzen. Ich konnte mich nicht einmal bewegen. Also, nachdem, wenn das vorbei ist, ich meine, als ich sprach, hob eine Person die Hand. Ich dachte, er möchte eine Frage stellen. Aber dann sagte er, Satguru, ich möchte gerne dein Knie untersuchen, nachdem das vorbei ist. Ich bin ein Kniearzt. Ich sagte, kommen Sie schon, Sie sind ein Orthopäde. Er sagte, nein, nein, ich bin ein Kniearzt. Dann sagte ich, rechts oder links. Was für einer sind Sie? Spezialisierung. Spezialisierung geht also voran. Wahrscheinlich wird in 50 Jahren eine Zeit kommen, in der man für eine medizinische Untersuchung 100 Ärzte braucht, um sich untersuchen zu lassen. Bis du diese 100 Termine bekommst, brauchst du vielleicht einen Bestatter. Vielleicht braucht man einen Untertäger. Dann wird es lächerlich. Okay, du bist zu drei Ärzten gegangen, in Ordnung. Du bist zu fünf Ärzten gegangen, in Ordnung. Wenn es 50 bis 100 Ärzte für eine medizinische Untersuchung werden, wird es lächerlich, nicht wahr? Dies geschah mit dem yogischen System. Menschen begannen, sich zu spezialisieren und sich auf eine Vielzahl von kleinen Dingen zu spezialisieren. Jede Spezialisierung ist eine ganze Sache für sich. Jemand kam gerade und sagte mir, dass es Zahnärzte gibt. Okay, ich rede nicht in dieser Sache. Zum Beispiel Zahnmedizin. Sie studieren nur 32 Zähne, okay? Sie studieren neun Jahre. 32 Zähne. Neun Jahre Studium. Trotzdem wissen Sie nicht alles darüber. Das ist die Beschaffenheit der Schöpfung. Wenn man einen Zahn nach dem anderen untersucht, wird man feststellen, dass jeder einzelne von ihnen etwas Besonderes an sich hat. Jemand kann ein ganzes Leben mit dem Studium verbringen, um etwas über einen Zahn zu lernen. Schau mal, ob du 32 Zahnärzte hättest, um in deinen Mund zu schauen. Eine Katastrophe wäre das, nicht wahr? Wo also Spezialisierung um Spezialisierung stattfindet, wird es lächerlich, wenn sie einen bestimmten Punkt überschreitet. Das ist beim Yoga passiert. Es überschritt diesen Punkt, an dem 1800 Schulen, verschiedene Spezialisierungen des Yoga entstanden. So war es, als Patanjali kam und gewissermaßen alles in die Yoga-Sutras aufnahm, um diese endlos wachsende Ausdehnung zu minimieren. Als Gautama kam, war das nach Patanjali, aber es gab immer noch viele Dinge. Also ging er von Schule zu Schule. Er erlangte acht verschiedene Formen von Samadhi. Wir sprechen hier von Samadhi, okay. Er erlangte acht verschiedene Formen von Samadhi. Er sah, dass dies alles wunderbare Erfahrungen waren, aber dennoch befreiten sie ihn nicht. In diesem Zustand wanderte er also als Samana. Es gibt ein bestimmtes Übungssystem, das als Samanas bezeichnet wird. Ihre grundlegende Praxis ist folgende. Sie werden niemals um Essen bitten. Man sollte nicht auf die Suche nach Essen gehen, weil Sie den grundlegenden Überlebensinstinkt besiegen wollen. Egal was, du bist immer auf der Suche nach Essen, bitte verstehe das. Du magst es auf so viele Arten verkomplizieren, aber im Grunde, dein vieles Reden über Wirtschaft bedeutet, dass du die ganze Zeit nur ans Überleben denkst, nicht wahr? Ein glorifiziertes Überleben, aber trotzdem ist es Überleben. Ein grundlegendes Sadhana für sie ist also, man folgt nie seinem Überlebensinstinkt. Man geht einfach. Samanas sind also einfach gelaufen, ohne je nach Essen zu fragen. Aber die Kultur war feinfühlig. Wenn Sie einen spirituellen Menschen gehen sahen, kochen die Leute zu Hause und liefen ihm hinterher und versorgen ihn, wo immer er ist, weil sie wissen, dass er nicht um Essen bitten wird. Wenn du heute ein Samana wirst, wirst du dich zu Tode laufen. In jenen Tagen waren die Menschen feinfühlig gegenüber seinem Sadhana und antworteten. Es gab also tausende von Samanas, die durch das Land zogen. So wurde Gautama ein Samana. Und selbst wenn du nicht um Essen bittest, wirst du in der Nähe einer Stadt gehen, damit das Essen kommen wird. Aber Gautama nahm es zu ernst und ging einfach. Er war nur noch Knochen. Nur noch Knochen und ein Sack Haut. So wurde er. Dann kam er an einem Ort, an dem es einen Fluss namens Nirajana gab. Leider ist dieser Fluss jetzt verschwunden. Kein Fluss mehr. Nur etwa 45 bis 50 Zentimeter Wasser, das sich vielleicht etwas schneller bewegt. Er trat hinein, auf halben Weg in den Fluss, für dessen Überquerung er keine Kraft mehr hatte. Da war ein Baumzweig, ein toter Ast. Er hielt sich einfach daran fest. Er hat nicht die Kraft, den nächsten Schritt zu tun. Aber er ist nicht die Art von Mensch, die loslässt. Er hielt durch. Wir wissen nicht, wie lange. Die Leute sagen für eine sehr lange Zeit. Vielleicht waren es zwei Minuten. Wenn man sich so schwach fühlt, können diese zwei Minuten wie viele Jahre erschienen sein. Dann, als er sich wieder festhielt, erkannte er, was ist es, wonach ich strebe? Warum wandere ich durch das ganze Land, gehe von Schule zu Schule, lerne dies, lerne das? Was ist es, wonach ich suche? Dann erkannte er, es gibt wirklich nichts. Dieses Leben ist an. Alles, was ich zu tun habe, ist nur die Barrieren zu beseitigen, die mir nicht erlauben, dies zu erfahren. Als er erkannte, dass alles in ihm ist, dass es keinen Weg zu suchen gibt, hatte er plötzlich die Energie, den nächsten Schritt und den nächsten Schritt zu tun. Er überquerte den Fluss, kam und setzte sich unter dem inzwischen sehr berühmten Bodhi-Baum nieder, der berühmter geworden ist als der Buddha selbst. Ein Teil des Baumes, ein Überbleibsel oder ein Abkömmling des Baumes, existiert noch in Bodhgaya. Und er saß unter dem Baum. Es war in dieser Vollmondnacht, die jetzt auf den 10. Mai fällt. Er saß dort, und er saß dort mit dieser Entschlossenheit. Entweder muss ich jetzt die ultimative Natur meiner Existenz sehen, oder ich werde hier sitzen und sterben. Ich werde nicht meine Augen öffnen, bis ich das kenne. Sobald er diesen Entschluss gefasst hat, denn das einzige Problem ist, dass es keinen Entschluss gibt, alle zwei Minuten ändern sich deine Absichten. Wenn du voll auf an bist, um zu wissen, was in dir ist, wie lange sollte es dauern? Hm? Es sollte in einem Augenblick passieren, nicht wahr? Weil es keine Entfernung zu überwinden gibt. Zeit ist eine Größe, die nur dann notwendig ist, wenn es eine Strecke zu überwinden gilt, nicht wahr? Wenn es keine Entfernung zu überwinden gibt, wenn ich dich frage, wie lange es für dich dauert, hier zu sitzen, du sitzt schon, es ist schon da. Es braucht keine Zeit. Du bist also bereits lebendig und an. Es braucht keine Zeit für die Verwirklichung, weil du nichts Besonderes tun musst. Als er das sah, war er voll erleuchtet und der Mond schien. Und er hatte viele Monate lang nichts Richtiges gegessen. Jahre eigentlich. Vier Jahre lang war ein Samana. Und die Leute um ihn herum, ich glaube, er hatte etwa fünf Schüler um sich gescharrt. Diese Männer dachten, er sei echt, weil er nicht ist, er ist wirklich hart. Und sie sahen, dass er in einem Zustand war, in einem überschwänglichen Zustand, und sie konnten das Licht auf seinem Gesicht sehen. Dann warteten sie darauf, dass er seine Augen öffnete und die Leere erteilte. Er öffnete seine Augen, sah sie an, lächelte und sagte, kocht etwas, lasst uns essen. Sie waren völlig enttäuscht. Sie dachten, er hat die Orientierung verloren. Sie gingen mit ihm vier bis acht Jahre lang, als er nichts anderes als Qualen hatte. Als er erleuchtet wurde, verließen sie ihn, weil sie etwas Strenges hören wollten. Er sagte, kocht etwas, lasst uns essen. Wir haben unsere Zeit vergeudet. Es gibt viele schöne Episoden in seinem Leben. Als er eines Tages am Flussufer entlang ging, nachdem er ein Buddha geworden war und sich unter einem Baum niedersetzte. Baum, nicht weil ein Baum der beste Ort ist, um darunter zu sitzen. Du weißt, die Ameisen können dich kriegen. Weil das die einzige Immobilie der damaligen Zeit war. Es gab keine Gebäude und Gebäude und Gebäude überall. Ein Baum war also ein guter Ort, ein angenehmer Ort, um darunter zu sitzen. Besser als in der prallen Sonne zu sitzen, sitzt man unter einem Baum. Ein Astrologe, der in seinem Beruf sehr bewandert ist, sah den Fußabdruck am Flussufer. Er war gekommen, um... In Indien haben Menschen aus jeder... Bad bedeutet immer Fluss. Diese Flüsse sind im Begriff zu verschwinden, davon erzähle ich euch später. Bad bedeutet immer Fluss. Er kam also zum Baden an den Fluss. Dann sah er den Fußabdruck. Es gibt eine ganze Wissenschaft oder vielmehr Beobachtungen, durch die jemand anhand der Art, wie die Füße eines Menschen sind, genau vorhersagen kann, was er tun wird. Er sah also den Fußabdruck und dann sah er, dass dies der Fußabdruck eines Kaisers ist. Jemand, der die Welt regieren sollte. Dann fragte er sich, warum eine solche Person an diesem abgelegenen Ort in der Nähe des Dschungels sein sollte. Dann folgte er der Fußspur und dachte, er würde einen Kaiser treffen. Dann sah er diesen Mönch, Gautama, unter einem Baum sitzen. Dann sah er sich das an, dass... Er dachte, entweder ist meine Astrologie völlig falsch oder ich werde getäuscht oder ich befinde mich in einer Art Halluzination. Was ist hier los? Dann ging er zu Gautama und fragte, wer bist du? Gautama war in dieser Art von Just-Gee-Zustand. Er sagte, ich bin niemand. Ich bin nur ein Niemand. Aber du hast die Füße eines Kaisers. Du solltest die Welt erobern. Gautama sagte, das werde ich. Aber nicht durch Eroberung. Schau, es gibt zwei Möglichkeiten, wie man die Welt haben kann. Entweder durch Eroberung oder durch Einbeziehung. Ja. Ich kann deine Habhaft werden, entweder indem ich dich gefangen nehme, dich in Ketten lege und dich dazu bringe, zu tun, was ich will, oder indem ich dich als einen Teil von mir einbeziehe. Auf beiden Wegen wird etwas oder jemand zu dir gehören, nicht wahr? Aber wenn du auf Eroberung setzt, wird es dir immer im Nacken sitzen. Wenn du einbeziehst, wird dies zu einer großen Bereicherung des Lebens. Er sagte, ich bin der Herrscher der Welt. Dann sagte er, du bist ein Mönch. Du besitzt nichts. Ich besitze nichts. Und ich bin ein Niemand. Deshalb gehört alles mir. Sogar Mathematiker versuchen dir beizubringen, dass die Null und das Unendliche ein und dasselbe sind. Wenn du also ein Kein Ding wirst, bedeutet das nicht, dass du nutzlos bist. Du bist ein Kein Ding. Das bedeutet, du bist alles einbeziehend geworden, nicht wahr? Du bist ein Etwas, bedeutet, dass du nur das sein kannst. Du bist ein Kein Ding. Du kannst sein, wie immer du willst. So ist dieses Leben gemacht. Wenn deine Fähigkeit zu antworten nicht eingegrenzt ist, kannst du alles sein, was du dir in jedem beliebigen Moment wünschst, nicht wahr? Deshalb sagte Gautama, ich bin sowieso der Herrscher der Welt, wenn du dieses Wort magst. Aber ich bin eigentlich ein Niemand, weil alles ohnehin mir gehört. Wenn du siehst, ich bin für alles verantwortlich, gehört alles dir, nicht wahr? Wie wird jemand zu dir gehören? Hm? Weil du sie besitzt oder Verantwortung für sie übernimmst? Weil du Verantwortung für sie übernimmst, werden sie zu dir gehören und nicht anders, stimmt's? Wenn du sie gewaltsam besitzt, werden sie niemals dir gehören. Ja oder nein? Wenn du jemanden gewaltsam besitzt, werden sie dann jemals dir gehören? Sie werden niemals dir gehören. Dieser Astrologe setzte sich also hin. Er sagte, du bist ein Mönch. Du hast nichts. Obendrein sagst du, du bist just Jeet. Tut mir leid. Obendrein sagst du, ich bin ein Niemand und alles gehört dir. Was ist das? Gautama sagte, du kommst. Ich habe einen Weg für dich. Du bist damit beschäftigt, Vorhersagen über das Leben zu treffen. Ich habe einen Plan. Warum macht man Vorhersagen über das Leben? Du bist nicht in der Lage, einen Plan zu machen und einen Plan auszuführen. Deshalb greifst du auf Vorhersagen zurück, nicht wahr? Ja oder nein? Wenn du in der Lage bist, einen Plan zu machen und einen Plan auszuführen, würdest du dann auf Vorhersagen zurückgreifen? Nein. Deshalb sagte Gautama, du bist damit beschäftigt, Vorhersagen zu machen. Ich bin hier. Ich habe einen Plan. Komm, werde Teil meines Plans. Wir werden etwas anderes möglich machen. Du musst Teil dieses Plans werden. Wir können etwas Wunderbares möglich machen. Dieselbe Welt, dieselbe Welt kann in ein Paradies verwandelt werden, wenn wir uns alle an einen Paradiesplan halten, nicht wahr? Ja oder nein? Die Frage ist nur, ob. Denn zwischen einer Möglichkeit und einer Wirklichkeit gibt es eine Wegstrecke. Haben wir den Mut und das Engagement, diesen Weg zu gehen? Das ist alles, worauf es ankommt. Ja? Ja? Ja. 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 Vielen Dank.